We will not stand in the way of our bulls! You want some more! Only one! Don't let one! I guess this means I've improved! What the hell was that now? In the... hey? Let's rest up! In the air and then... Watch yourself everyone! Take this! One rival remains! What? What are you doing? Let me see! Nice! Bramco? Are you worried about me? Thanks buddy! I didn't mean to upset you! I'll be okay! Grizzly! Let me see! What is the blue actually? Oh, probably for our K.A. Let me see you next time! I was told once that the area around Dura Gorge hasn't changed much since ancient times. The monsters are formidable too. Don't let your guard down for a moment. Not everyone's perfect like you, Morley. But Hina's here to... Oh! Uhhh... I'm sorry. I didn't mean to... Don't worry about it, okay? Let's just do our best to stay vigilant. Hina would be deeply disappointed in us if we were to incur any injuries. The moisture in the air is completely absent. But the wind spirits are still present. It's the worst. Val, walk in front of me to block the gusts. Uh... Okay. I guess this could count as protecting the arms. We're counting on you, Val. Grant me power! Let's ride this whirlwind! And one with the wind! How many times have you visited the Gorge, Alenoina? Not frequently, I fear. Certainly not often enough to become used to the challenging climate. Take this! Help me and Polaroids! Ah! The distance kills for the elemental weapons! Take this! Help me and Polaroids! Help me and Polaroids! Help me and Polaroids! Help me and Polaroids! You're mine! Take commandment! Sit! I got strongest skills! The 16th! The 16th! The 16th! The 16th! Wow! That's also so gross! What's going on with you? Do not forget to watch your footing, Val! Sorry! It sounds like you protect me more than I protect you. Du, das Gefühl zu verabschieden. Ich möchte wirklich nichts mehr aus dem Motiv zu fallen. Geh jetzt! Es ist einfach! Ich freue mich! Geh das! Das war's! Du musst weg! Du hast es! Ich versuche es! Wir müssen uns weitergehen! Geh das? Was hast du als Kind gemacht, Palomina? Lass mich mal sehen. Ich leute und habe das schriftliche Wort. Ich habe über Flora und Fauna gelernt. Oh, ich würde oft experimentieren mit verschiedenen Typen von Teeleaves, um den besten Flammer zu schaffen. Ich glaube, das wäre etwas, was ich erwartet hätte von meiner Kindheit. Du sprichst mit Kraft! Du willst das mit Hardwick, oder? Geh das! Komm auf mich! Das ist leicht! Ich habe es. Du hast es! Komm auf mich! Sie waren nichts aber Fahne! Ein Todesende? Nein. Ich glaube, das Wunsch kann hier helfen. Das ist wie Silphur, für seine Unterstützung. Wieso, ist Desda hinten? Das sind alles so Fragen? Es gibt Dinge wie das? Schaut aus wie ein antiker Bunga-Bunga-Hase. Das ist die Frage, was hat er von her? Was macht er? Oh, er hat einen fiezen Atem. Oh Gott, der dumme Sau. Ich versuch auch nicht zu fliehen. Ich versuch der... das ist ein Fiezen du. Oh Gott! Got it! Wah! Wow, hier ist die Handback! Saber! Take this! Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht machen Oh, das Ding ist gut Sie hatten einen schönen Kicke gegeben Jetzt können wir weitergehen Warum müssen wir mit so großen Monstern zu kämpfen? Sie sollten uns schon wieder gehen lassen Die Dede Kliffe sind gerade vorhanden. Wir sollten kurz kommen. Das ist ein riesen Map, aber ich habe echt nicht viel entdeckt, bis ich da durch bin Ich muss aber auch zu viel, ich habe gar keine Lust rauszufinden, wie weit ich noch gehen muss Oder die wirkten nur so groß, einfach weil du so viel überspringen kannst Das ist anscheinend auch so Hey! Oh, the arms and the soul guard Wow! Hurry, let's go tell the grown-ups Yeah, hurry up! Wow! What a welcome I feel the weight of my role as an Alm Thanks for bringing down the mood, Palamina Don't blame her As Queen, she knows exactly the manpower needed to provide for the Alms The Beast Watch may guard the Dede Cliffs, but it's the support of Ilistana that sustains them here Let's first greet the overseer of the watch, before we consider climbing the cliffs The Dede Cliffs, they're so tall, you can't see anything on the other side You're telling me, people would climb these cliffs? No way! The children went in the direction of the garrison We should follow them Hä? Hä? War die, war die da die ganze... Bin ich jetzt ganz blöd? Oh, warte mal! Yes! Nein, ich kann es hier nicht einsetzen! Verdammte Hunde! Jetzt, wo ich es hier unbedingt einsetzen will, weil... hier ist ja scheinbar nichts los Also von einer Ecke zur nächsten rein Das ist ein bisschen exce- Ein wehrer Item! Erstschlag Findest du, kleine Kaktus! Die Kaktus! Wer hat denn da? Wer hat denn da? Der Fratz hat kein gutes Versteck gefunden Der Fratz ist aufgeflogen Wohin als nächstes? Krieg' ich nicht immer was, oder so? Ja Ha! Ich will was fallen lassen Targetbootseite Ha! Ja! Kapitel, Sir! Mit 10% geschaffen... Chance! Das ist ein Geistermöcher! Alle! Okay! Ah, das ist aber noch eins weiter! Warte mal, warte mal, warte mal... Fähigkeiten... Hä? Habe ich nicht... Klassenfertigkeiten, Pulverisierung... Fässig macht der Mondwerse, weil die Manoleiste voll ist, für langsam die Zeit für alle Gegner im Kampfgebiet. Ich fühle mich über die Elemente... Warte, 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 warte... Oh, ich muss für jeden extra... aber das schaltet alle frei! Krass! Warte, warte, warte... Oh, ich muss für jeden extra... Weil er auch jeder extra Attacken hat, ne? Das ist ja ein Taubrett von Palmyna erweitert werden, du hast dich in den Königin Tonicum Mondlicht Tonicum Ich habe das Spirit Ich habe das Spirit Bevor du der Mana-Leiste R2 gedrückt hast, löst du ein Elementar-Entfesselung aus. Sammle Mana-Partikel ein, den Einzel-Fuckier-Erstatteklinien entstehen, um die Mana-Leiste anschließend wieder aufzufüllen. TP absorbieren, wandle die Wertsenkung. Achso, ich muss ja eh das dann alles machen, ne? Hebe sofort alle erlittenen Status-Effekte und Wertesenkungen auf. Das ist eine A-Fuckier-Erstatteklinien, um die Mana-Leiste zu machen. Das ist ein bisschen entschuldig. Das ist vielleicht sehr hilfreich. Also, wie können wir dieses Jackseed aufbauen? Der Beastwatch sollte wissen, was zu tun. Es ist in ihren Händen sicher. Können wir einen Aufmerksamkeit mit dem Overseer der Watch suchen? Lasst uns unsere nächste Bewegung planen. Wenn irgendein Scheiß abbricht, dann zerfetzt sie halt alles da unten. Und, seien wir ehrlich, wenn das Ding ein bisschen größer ist, dann zerfetzt sie sowieso die ganze Stadt. Lass mich sehen, ein rarer Item! Wir sind glücklich, dass Sie alle, Alms und Solgarten, zusammengekommen sind. Wir haben uns warten. Overseer Molabe, wie Sie diesen schönen Tag sind? Also, Herr Mäste. Though von jetzt, ich will Sie als die Alm der Wasser. Undine's chosen und pride von both Illistana und die Mitglieder der Watche, zusammen. Es gibt noch eine andere Präzende in diesem Konvoye. Die Alm der Moon. Ja, Herr. Ich bin Morley. Newly appointed by the Elemental Luna, als ihr Blessing wurde zurückgebracht. Und die Land. Es gibt keine bessere Nachrichten gehört in der garrison für Jahre. Als Kinder der Parich selbst, wir sind glücklich, dass Aten ist nicht immer wieder weg. Hi. Hallo. Alm of Wind, in Ihrem Service. Es ist meine Honour. Ich habe viele Alms of Wind gegründet, aber keine haben so robuste Aura wie Sie. Sie selbst. Die Goddess of Mana will surely rejoice at the power you'll bring forth into the world. Oh, you're just saying that. But flattery will get you everywhere. And where might the Alm of Fire be? She... The Alm of Fire... ...is... I see. Then Tionnia has no chosen this year. Eruptions will scorch the earth with fire from every fissure. The wind will rage and the winged fall flightness. Pure waters will run foul and disease spread. The moon's hold over time will splinter, depriving all beings of logic. Every land has their own legend of disaster. Guju and Etern each saw calamity transpire. Tionnia will surely be the next to succumb. Where mana ceases to flow, tragedy follows. Such is the way of things. Huh. It's been a while since I heard the prophecy of Etern's demise. It sounds... wrong. Well, you know how these old prophecies go, Morley. Besides Luna's back. So there's nothing to worry about anymore. Not good. I gotta get Hina's corestone back. Has a Gaian traveler come through this area recently? Besides yourselves, we've only had contact with messengers from Ilistana lately. Thanks anyway. Oren is either late or lying in wait in a less frequented location. We must not linger long before leaving for Elucia Isle, lest we lose our advantage. Time is of the essence. Let's see to the growing of the jackseed. Gloriosa! The watch is tasked with performing the ceremonial planting and watering of the jackseed. The ritual is quite specific. We will see to the preparations. Please, go to the rear of the garrison. Not another ritual. I know it's not the same, but just hearing the words is enough to set me on edge. Okay. Let's just head through the garrison and get this over with. Step up! Welcome! What will it be? What will I do? What will I do? What will it be? The cat's ball game. The clay moore. The cavalier-lanze. And the g-geki place. The ggki place. The fächer of tugend. The fächer of tugend. The hive, the flegt. Oh, sie benutzt einen Flegel Oh ja, jetzt fällt es mir erst ein Der hat genau drei verschiedene, ne? Flegel, Sense, Klingending Hä? Mit wem benutzt er denn das Ding? Ah Mit dem Wasserding Deswegen konnte ich das vorher nicht Normalerweise das Ah, okay Aber da haben wir wahrscheinlich den Charakter noch nicht dazu Äh, das Ding da fieh ich halt nicht dazu Excellent choice Thanks a bunch Excellent choice Thanks a bunch Stop by again Hm, willkommen Ja, ja, irgendwas mit raus Come again Haben wir ja alle schon Hm? Ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hin Was kann ich für dich bekommen? Bitte komm again Ah, okay Die sind noch nicht direkt am Ding Das hat jetzt bloß ausgeschaut vor vorne Das Seed ist plantet Jetzt müssen wir es wagen Commence the watering, Gloriosa Spirits of Earth We beseech you Bring life forth from this barren soil Guide the alms over the cliffs And to Elucia beyond I didn't think it would really work Uh As we feared The power of Earth has grown too weak What do you mean? Four years past The alms of Earth Was prevented From completing her sacrifice Ever since The soil has been unsuited For growing plants Even as far away as here In Dede Without the blessings of Earth The vegetation here Screams for sustenance Even with an ocean between you You feel the effects from Guju So Does that mean Uh This little baby Sprout Isnt going to get any taller Are we gonna have to try And scale the cliffs To get to Elucia ourselves That might be difficult How many days would it set us back A definite dilemma There may be a solution If you can ask to borrow The powers of Gnome Elemental of Earth He may be able to restore our soil The Earth Elemental, huh? Though Guju is gone It's possible that the Elemental Is still in the vicinity That would make sense Luna was still in a Tern We found the Elemental of the Moon I trust we can find Gnome as well Guju The Earth Village There's a chance That Liza is still there too I'll get you back, Hina I promise Just a little longer There should be a boat From the free city of Tsata That will take us there Then let's make for Tsata So ill that once brought life Turns all to dust and stone Is there any mana left to sustain the land of Guju And its Elemental? Finally, we're on our right But where exactly should we head from here? To the left of the pasture is higher terrain We should start there Once we traverse the bridge path and the moor We keep hitting No order yellow Yes Haha He Nach there Oben Gleich It's actually get an transform Of the only thing What Is mine A Das habe ich auch noch nicht gesehen, es ist eine Schnellreise. Und ich meine, Schnellreise auf einer großen Map oder so. Ich glaube, das bedeutet, dass ich verbessert habe. Ja! Ja, und das kann ich so lange einsetzen, solange die Abklingzeit da ist? Ich habe ein bisschen Syrup. Okay, Schnellfisch, ich habe noch einen Schnellreise. Das ist ein 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 Schnellreise. Grizzly! Aber was ich schon die ganze Zeit mal schauen wollte. Bücher. Bestiarium. Macht sowas eigentlich Sinn? Ich meine, schaut mal die Schwächen und Stärken an. Du hast alles bis auf zwei als normalen Angriff. Du hast Licht als Schwäche und Dunkelheit als Stärke. Ey, ich habe die zwei nicht mal. Du kannst mir nicht den Boss reinschmeißen und dann gibst du wieder aus dem ich die vier nicht mal. Ja, hier dieselbe Scheiße. Dunkelheit ist die Schwäche, Licht ist dafür stark gegen Licht. Oder umgekehrt. Ist egal. Hammer wäre gut. Ich habe nicht mal was mit Hammer. Ah doch, warte mal. Das ist Flegelzelt wahrscheinlich, ne? Okay, hier Vesuvio. Das haben wir ja, glaube ich, gemerkt. Da habe ich ja vorher dann ausgerüstet, ne? Die Mantis-Armeise. Für mich immer nur der Sichelanbeter. Da ist es Gin. Mit Ding. Okay, das hat man ja dann auch. Das hat keine richtige Schwäche. Der hat Vesuvio und Wind als Schwäche. Häufig. Das mit den Bossen ist schon ein bisschen bescheuert. Ich meine, kommen die später nochmal für den Boss Rush oder so? Sonst macht es halt null Sinn. Oh man, wir haben acht Elementar-Dinger, bloß zwei Waffen-Waffenarten. Wie wäre es, wenn wir den Schwäche geben, die hier nicht hat? Es ist eine Phase-W Подçuk. Das ist wichtig. Es ist für uns zu packageen Liebe, die Harte entwinden. Mein Vater hat mich gelungen. Ich bin ein Geheimnis, eine Beobachtung. At your fingertips Antwine, huh? It's not a bad name, I guess Reminds me of times with my mother We're following in the steps of legendary heroes in the alms of old Walking over this bridge is kinda a big deal, huh? It's a big deal You give me three books Across the ocean lies the island of Lorimar and Terracio, a world-renowned theater There they periodically produce a play, detailing the legend of a great hero of old This bridge pass is also mentioned within the story It is truly a touching tale If we find ourselves with time, we should watch the performance So viele Leute haben den gleichen Weg genommen, über diese gleichen Landwirte genommen. Sie haben es gesehen. Der Brücke überrascht das Vergangenheit mit dem Vergangenheit. Der Brücke war viel länger, als ich dachte. Länger als die, die durch eine Tarn. Wahrscheinlich. Ich merke an die mastervolle Mäsenheit unserer Ancestoren. Der Brücke war sehr lange vor. Es ist älter als die älter unserer Lore, der Legendary Hero ist. Ich kann sogar sogar meinen Gedanken über wie alt das ist. Die Taled von den Westen versuchten sie zu verbessern mit der Human Settlemente in den Westen. Thus, sie haben die Gaians geöffnet die Brücke mit ihnen verbunden. Und jetzt werden wir erreichen den Erde Elemental Gnome. Dank an die älteren Gaians und der selben Struktur. Das ist ein Kassir-Plateau. Das ist ein Kassir-Plateau. Aber warte, dachte ich, ich dachte, wir sollten ein Boot hinnehmen. Der kassierer wird, desto heißer der Sonne fühlt. Zumindest sind wir auf der Planung, um es zu der freien Stadt der Tzata zu machen. Dann werden wir ein Boot und unseren Weg über das Meer machen. Okay, lass uns gehen. Okay, so ist es dann gedacht. Okay, so ist es dann gedacht. Okay, so ist es dann gedacht. So, Sata. Was ist das? Deine Gaians ist so gut wie meine. Ich habe nicht gesehen, aber ich bin auch sehr froh, dass ich etwas Neues erleben. Nein! Ich habe etwas Syrup! Grisly! Ja! Warte mal, ich habe doch nichts. Da ist es schön versteckt. Gut, es ist nicht wirklich versteckt, aber... Lass mich sehen! Das könnte sinnvoll sein. Ja!